Wie immer, wenn wir Blender starten, haben wir einen Würfel vor uns, das ist der Default Cube oder der Standardwürfel. Dieses Objekt lässt sich mit der linken Maustaste selektieren, das wissen wir schon und wie wir uns umschauen auch. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich Teil 1 unserer Grundlagen Tutorials anschauen. Dort erkläre ich die Bewegung in Blender. Wenn wir diesen Würfel nicht haben möchten oder ein anderes Objekt möchten, können wir ihn einfach mit Entfernen löschen. Die Kamera und das Licht habe ich bereits mit der Entfernen-Taste gelöscht und wenn ihr links oben schaut in grün, seht ihr jedes Mal, welche Taste ich drücke. Wenn wir ein neues Objekt erstellen möchten, drücken wir die Shift-Taste und A gleichzeitig und kommen in das Add-Menü. Dort haben wir alle Objekte, die wir als Standardobjekt und Start unserer Modellierung auswählen können. Es ist eine kleine Bibliothek, die aufgeteilt ist in verschiedene Kategorien. Am Anfang begnügen wir uns mit der Kategorie Mesh. Das steht für Objekte, die aus einem Gitternetz bestehen sowie die meisten 3D-Objekte, mit denen wir in den ersten Tutorials arbeiten. Da haben wir einfache Planes, also Flächen oder einen Standardwürfel, den wir bereits kennen. Wieder Shift-A. Wir können auch einen Circle auswählen. Das ist ein Kreis ohne gefüllter Fläche in der Mitte. Eine UV-Sphere, das ist eine Kugel, die aus Rechtecken besteht, also die Flächen, aus denen er aufgebaut ist, sind viereckig. Ganz im Gegensatz zum Eikosphere oder die Eikosphere ist eine Kugel, die aus Dreiecken aufgebaut ist. Oder Triangles, wie wir sie später auch nennen werden. Oder Trees. Trees. Das ist das gleiche. Cylinder ist ein ganz normaler Zylinder und wir sehen links unten schon, falls es übrigens bei euch nicht so groß ist, liegt es daran, dass diese Pfeiltaste noch nicht gedrückt ist. Das ist unser Operator Panel und es ist wichtig, da wir hier steuern können, wie viele Kanten unser Zylinder haben soll. Er zeigt auch noch Optionen, dass wir die Größe verändern können oder dass wir die Lokation in der Welt etwas verändern können, aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Anzahl der Vertices. Das ist entscheidend, weil wir hier einstellen, wie viele Kanten unsere Säule hier haben soll. Wenn wir hier 12 eingeben, dann haben wir einen 12-seitigen Zylinder und wenn wir 6 eingeben, einen 6-seitigen. Die Zahlenfelder in Blender sind relativ gut gemacht, denn wir können einfach, indem wir mit der linken Maustaste ein Feld klicken, nach links und rechts ziehen und somit relativ schnell die Größe verändern von unserer Zahl. Und in jedem Blender-Zahlenfeld haben wir einen kleinen Taschenrechner drin. Das bedeutet, wir können hier auch mit, wenn wir hinter die 3 klicken, mit dem Multiplikationszeichen auf dem NumPad und einer weiteren Zahl rechnen. Das ist im späteren Verlauf sehr wichtig, besonders wenn wir irgendwelche Winkel haben und die 360 Grad der kompletten Umdrehung durch 3, 4 oder 5 teilen wollen. Merkt euch einfach, dieses Zahlenfeld kann mehr, als es den Anschein hat. Ihr könnt da drin rechnen, ihr könnt auch geteilt rechnen, es sind sogar Klammern möglich. Wenn wir unseren Zylinder fertig haben, klicken wir einfach in ein freies Feld, in den freien Hintergrundbereich und unser Operator-Panel schließt sich. Ab jetzt können wir die Zahl unserer Vertices nicht mehr verändern. Wir können ihn wieder mit Entfernen löschen, schauen uns die nächsten Primitives an. Das wäre der Cone, das ist ein ganz normaler Kegel, der aus Triangles besteht, also aus drei Ecken und oben mit einem Punkt endet. Auch hier haben wir die Auswahl im Operator-Panel, die verschiedenen Kanten zu erhöhen oder zu verringern. Und das letzte, was ich euch zeigen muss an den Standardobjekten, ist der Torus. Das ist ein ganz normaler Donut, der aus den Bordmitteln sehr viel einfacher so zu erstellen ist, als von Hand und sehr praktisch ist. Hier haben wir die meiste Anzahl oder die größte Anzahl an Manipulationsmöglichkeiten. Die schauen wir uns später mal genauer an. Für den Anfang reicht es, dass ihr einen erstellen könnt. Wir haben noch zwei Spezialobjekte, darum gibt es hier auch eine kleine Kante dazwischen, die das ganze trennt, weil sie sehr viel seltener einzusetzen sind. Da haben wir einmal das Grid, das ist nichts anderes als eine Plane, in der schon verschiedene Einschnitte gemacht werden können. Nämlich Sub-Divisions, das sind Unterteilungen, die sieht man erst, wenn man in den Edit-Modus geht, dort hat man verschiedene Einzelflächen. Die sind für uns aktuell überhaupt nicht wichtig, darum gehe ich da nicht näher drauf ein, aber weil es das Maskottchen von Blender ist, gehen wir mal auf Monkey. Dieser wunderschöne Affenkopf ist das Maskottchen von Blender und nennt sich Suzanne. Da kommen wir auch schon zum Outliner. Suzanne ist ein Standardobjekt, was sich hervorragend für Tutorials eignet, wird da auch oft verwendet. Und wenn ihr irgendwelche Modifier ausprobieren wollt, welches ein 3D-Objekt nochmal manipuliert. Wenn wir uns mehrere Objekte anlegen, ich verschiebe die jetzt mit G, zu den Tastenkürzeln kommen wir später, dann seht ihr rechts oben den Outliner. Der Outliner ist wie ein kleiner Explorer und zeigt uns alle Objekte, die in unserer gesamten 3D-Welt existieren. In dieser Welt haben wir momentan einen Würfel und unseren Affenkopf-Suzanne. Wir können die nacheinander anklicken und wir haben ein kleines Pfeilchen davor, das uns mehr Details verrät. Unter unserem Objekt haben wir nämlich ein Gitternetz und dieses Gitternetz hat den Namen Cube005 und bei Suzanne hat er einfach den Namen Suzanne. Cube005 deswegen, da wir schon den fünften Cube in dieser Blender-Session angelegt haben. Braucht euch aber nicht weiter stören. Es dauert lang, bis wir uns mit den grünen Icons beschäftigen. Aktuell ist nur wichtig, dass wir verschiedene Objekte im Outliner haben und die zu einer Collection gehören. Die Collection ist nichts anderes als ein Container. Der ist wichtig zum Sortieren. Wenn ihr sehr viele Objekte habt und zum Beispiel 10 Objekte, die zusammen eine Treppe formen, dann könnt ihr die in eine Kollektion schmeißen und die Treppe nennen. Später, wenn wir zu den Lektionen kommen und zu den Dingen, die ihr nachbauen könnt, werde ich darauf hinweisen, wann es sinnvoll ist, eine Kollektion dafür zu erstellen, was ihr gerade macht und wann nicht. Und später findet ihr es ganz leicht selber heraus, wenn ihr den Überblick im Outliner verliert, weil es viel zu viele Objekte sind. Sollte euch mal der Platz ausgehen im Outliner, könnt ihr hier mit der Pfeiltaste an der oberen Kante eure Fenster größer und kleiner machen. Das gilt übrigens für alle Fenster in Blender. Alles hier ist veränderbar. Wie ihr euer Interface besser einstellt, was diese oberen Module sind, dazu kommen wir in Teil 3 unserer Blender-Tutorial-Reihe. Denn die wird etwas aufwendiger, denn das Interface von Blender ist wirklich überragend. Und es ist so veränderbar, wie ihr es möchtet. Und wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert, ist es eine Freude, damit zu arbeiten. Wir wissen jetzt, wie wir ein Objekt anlegen, wie wir es im Outliner finden und wie wir es wieder löschen können. Jetzt lernen wir, wie wir diese Objekte noch umbenennen können. Das ist ganz einfach. Wie im Explorer gewohnt, könnt ihr einen Doppelklick machen, in dem Falle auch Susanne. Und einfach einen neuen Namen eingeben. Das war's schon. Ihr könnt auch eure Kollektionen so umbenennen. Und wenn ihr ein Objekt anklickt, ich bin jetzt gerade im Edit-Modus. Das ist nur passiert, weil ich vorher auf diese grünen Icons geklickt habe. Bei euch seid ihr wahrscheinlich weiterhin im Objekt-Modus. Sollte euch das passiert sein, könnt ihr mit der Tabulator-Taste zwischen Edit-Modus, also dem Modus zum Verändern eurer Gitternetzstruktur, und dem Objekt-Modus, indem ihr einfach per Klick eure verschiedenen Objekte auswählen könnt, hindurchschalten. Als erstes löschen wir den Default-Cube und kümmern uns nur um Susanne. Eine Transformation bedeutet, dass wir uns unser Objekt innerhalb unseres Koordinatensystems in der Lokation verändern, also ihm einen anderen Ort geben, es in sich drehen oder in der Größe verändern. Wenn wir etwas rauszoomen, sehen wir es etwas besser, was wir damit anstellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese linke Leiste hier erst später in Blender hinzugefügt wurde. Die gab es erst in der Version 2.8.0 und soll den Einstieg in Blender etwas erleichtern. Ich finde das absolut kontraproduktiv, weil man dadurch noch mehr in Versuchung gerät, keine Tastenkombinationen zu verwenden. Hier ein wichtiger Hinweis von mir. Bitte versucht zu allem erst die Tastenkombination zu lernen und dann, wenn ihr feststellt, dass es total umständlich ist mit einer Tastenkombination, dann erst zu schauen, wo ihr es im Interface findet. Denn es ist meiner Meinung nach absolut kontraproduktiv, mit dieser Leiste zu starten, da ihr dann nie in den Genuss kommt, wie schnell sich Dinge mit einer Taste verändern lassen. Zum Beispiel die Bewegung. Wenn ich dieses Objekt bewegen möchte, drücke ich G und kann es, dann hängt es an meiner Maus, kann ich es an einen beliebigen Ort setzen. In dem Falle hier müsste ich das Move-Tool verwenden. Also muss ich erst auf Move klicken. Dann könnte ich es hier mit diesem Gizmo in meiner Position verändern anhand der Achsen. Das mag ganz sinnvoll erscheinen, weil man sich dann denkt, okay, klar und sicher ist es jetzt auf die Achse, limitiert meine Bewegung. Das ist aber überhaupt nicht nötig, dieses Gizmo zu verwenden. Wir können genauso gut ohne dieser Leiste arbeiten und es mit G und dann der Achsenbezeichnung verändern. Also wenn ich jetzt G gedrückt habe, es klebt an meiner Maus und ich drücke dann X, kann ich es genauso gut hier verwenden oder ich drücke die Y-Taste und kann es in der Y-Achse oder mit Z in der Höhe verändern. Dazu musste ich mich überhaupt nicht darauf konzentrieren, wo hier das richtige Icon ist und kann es ganz ohne auf die Tastatur zu schauen oder zumindest nur mit einem einfachen Tastenklick machen und ich habe kein Gizmo, das mir irgendetwas verdeckt oder bei dem ich jetzt darauf achten muss, dass ich die richtige Achse treffe. Versucht wirklich die Tastenkombination zu lernen. Das war jetzt G. G ist in nahezu allen Modulen von Blender und auch in den späteren, die nichts mehr mit 3D-Modellierung zu tun haben, immer die Bewegung von einem Objekt. Und das kann auch das Ende von einem Graphen sein oder von einer Linie. Und es ist egal, ob man eine Fläche, einen Punkt oder eine Kante bewegen möchte. Es ist immer G. Von daher, es sind nicht viele von diesen Tastenkombinationen, die ihr lernen müsst und sie wiederholen sich immer wieder. Und G ist nicht plötzlich was völlig anderes. Es bleibt die Bewegung. Das gleiche gilt auch für S wie Scale. Wenn ich S drücke, kann ich Suzanne größer oder kleiner machen. Wenn ich zu weit reingehe, dann drehe ich sie auch noch auf den Kopf. Drehen ist die Rotation. Wenn ich R drücke, dann kann ich den Kopf in alle beliebigen Richtungen drehen. Und wenn ich das Ganze auf die Achse limitiere, wie zum Beispiel X, dann neigt und hebt sie den Kopf einfach in der X-Achse. Y oder Z. Das Umschalten jetzt dieser Achsen ist meiner Meinung wieder viel einfacher, als wenn ich ein Gizmo verwende. Wenn ihr meinem Tutorial folgt, kriegt ihr von allen die Tastenkombinationen. Und ich zeige euch zu 90% nicht, wo ihr es im Interface findet. Ich glaube, dass ich euch damit einen Gefallen tue. Versucht euch ein bisschen mit den verschiedenen Objekten auseinanderzusetzen. Susanne etwas zu verändern mit der Größe S, mit der R der Rotation und G mit der Bewegung und neue Objekte hinzuzufügen. Zum Beispiel ein Zylinder. Auch hier darauf achten, dass ihr ein bisschen mit den Eigenschaften spielt. Und auch, dass die Achsenlimitierung ein bisschen ins Blut übergeht. Ihr könnt auch die Scalierung auf die Achse beschränken. Indem ihr S drückt und dann zum Beispiel Z für die Höhe. Ihr könnt es auch mit X in der Breite verändern. Erschafft euch von jedem Objekt ein Primitive und versucht es ein bisschen zu verändern. Schaut, wo ihr klicken müsst, damit sich die Segmente von einem Torus verändern. Was die Major und Minor Segment so machen. Verschiebt sie in der Welt, skaliert sie und rotiert sie. Vielleicht könnt ihr sogar eigene neue Formen entwickeln. Zum Beispiel eine Kette. Ihr könnt noch ein zweites von diesen Torus-Objekten erstellen. Sie drehen und dann in einer Kette ineinander verschlingen. Ein kleiner Tipp, damit das leichter geht. Ihr könnt ein Objekt auch kopieren, indem ihr die Shift und die D-Taste gleichzeitig drückt. Also Shift D in der Z-Achse limitieren. Und dann mit Rotieren in der Z-Achse beschränken. Und schon habt ihr euer erstes Kettenglied. Vielleicht noch ein bisschen höher. Nochmal mit Shift D duplizieren. In der Z-Achse die Bewegung beschränken. Und mit RZ wieder drehen. So könnt ihr euch eine kleine Kette bauen. Das ist ein guter Zeitpunkt, damit ihr euch mit den Primitives, also den Standardobjekten, auseinandersetzen könnt. Dass ihr Duplizieren mit Shift D, Skalieren, Bewegen und Rotieren ein bisschen in eure Standardrepertoire aufnehmt. Dass ihr da gar nicht mehr nachdenken müsst, wie das funktioniert. Spielt ein bisschen damit. Setzt den Affenkopf auf verschiedene Säulen. Seid kreativ, was das angeht. Es ist wichtig, dass ihr jetzt schon diese Bewegungen flüssig abrufen könnt. Damit wir im nächsten Teil volle Konzentration auf den Objekt und Edit Modus lenken können. Das ist wichtig, dass ihr euch mit der Z-Achse die Bewegungen flüssig abrufen könnt.